Herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde und natürlich alle Zuschauer aus nah und fern bei Xtrain24, ihrem Portal für Modellbahn und Zubehör. Das lange Warten hat jetzt endlich ein Ende. Vor anderthalb Wochen haben wir ja bereits das angekündigt über unsere Social Medien, zum Beispiel bei Facebook. Es wurde auch rege angeklickt und registriert, dass wir mit einer Teleshopping-Tour anfangen. Und heute ist Freitag, 16 Uhr und es beginnt ganz pünktlich. Sie sitzen sicherlich zu Hause ganz bequem in Ihren Sesseln oder vorm Computer und schauen sich das an. Ja, Sie sehen vor mir zum Beispiel hier schon ein Präsentationsmuster, ein Diorama gestiftet von Modellbahnengel, wo wir uns nochmal ganz herzlich bedanken. Das ist das sogenannte Arcaden-System. Auch das finden Sie bei uns auf den Seiten, wenn Sie da mal ein bisschen stöbern. Das ist aber nicht Gegenstand der Vorstellung, sondern das ist Gegenstand dessen, dass wir hier Modelle draufbauen bzw. unsere Lokomotiven in Baugröße H0 präsentieren werden. Das also dazu. Das Angebot, was wir Ihnen jetzt präsentieren, gilt von jetzt, Freitag, 16 Uhr, bis Sonntagabend, 20 Uhr. Es sind, wie wir schon auf den Seiten vermerkt haben, sympathische, attraktive Preise. Wir gehen von den Baugrößen H0 bis Z. Fast alle Hersteller präsentieren wir hier. Und es sind Angebote der uns angeschlossenen Händler auf unserem Portal bei Xtrain24. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Wir treten hier nicht als Verkäufer auf, sondern wir bieten die Plattform auch für diese Übertragung für unsere Händler. Und die Angebote, die Sie hier sehen, sind alles Angebote von Händlern deutschlandweit. Die kommen also zu Ihnen sozusagen nach Hause auf Ihr Sofa, auf Ihre Couch, wo Sie sich jetzt diese Angebote ansehen können. Dazu eigentlich alles. Ich möchte jetzt einfach sagen, genug der Vorrede, fangen wir einfach an und wir kommen zu unserem ersten Angebot. Das Zubehör, das erste, was ich Ihnen anbieten möchte, sehen Sie jetzt bereits im Bild. Das ist die Märklin Mobile Station 2 Blackline als Komplettset. Das heißt, Sie haben den typischen, klassischen Handregler dabei. Sie haben die Gleisbox dabei. Ich versuche sie mal hier rauszufummeln. Die Gleisbox dabei und natürlich, das darf nicht fehlen, der Stromanschluss. Das ist ein Angebot. Diese Mobile Station 2 ist aus einer Startpackung entnommen worden. Und wird einzeln angeboten. Sie ist wirklich fabrikneu, nie benutzt. Kommt nicht in Originalverpackung, sondern wird ordentlich. Hier wird das ganz ordentlich verpackt werden, wenn Sie sich dafür interessieren. Die Startpackung, Artikelnummer muss ich Ihnen, glaube ich, nicht nennen. Die ist nicht so interessant. Aber die Artikelnummer 60657 ist dieses Produkt. Und die unverbindliche Preisempfehlung ist 197,90. Und nun sage ich wieder, nun werden wir nicht x-train, 24, wenn wir Ihnen hier ein besonderes Angebot machen, weil es eben nicht in der Originalverpackung kommt, sondern aus einem Startset herausgenommen worden ist, ist sie trotzdem vollwertig und hochwertig benutzbar. Und unser Angebot steht für 99,99. Auch dieses Angebot, wie die anderen, was ich Ihnen beim rollenden Material schon bereits gesagt habe, ist begrenzt über dieses Wochenende. Am Sonntagabend weg ist weg. Ja, und was wäre eine Modellbahnanlage ohne Landschaft, ohne Häuser und Figuren? Eigentlich fast gar nichts und es wäre eine reine Technikanlage. Und das ist ja das, was die meisten gar nicht wollen. Deswegen machen wir Ihnen jetzt besondere Angebote im Bereich Landschafts- oder Häuserbaugestaltung. Und zwar bieten wir an, über einen Händler bei uns die Paller-Stadthäuserzeile Beethovenstraße. Ich lege die ab, dann können Sie sich das nochmal etwas genauer ansehen. Mit der Artikelnummer 130701, Stadthäuserzeile Beethovenstraße, habe ich bereits genannt. Der Bausatz beinhaltet vier Stadthäuser für eine Straßenzeile oder als Hinterhofkulisse am Bahndamm, ergänzbar mit den Paller-H0-Bausätzen 130702 bzw. 130703. Und Sie wissen ja, wie schwierig das teilweise ist, eine ordentliche Stadthäuserzeile zu gestalten. Und mit diesem Bausatz von Paller können Sie das ohne Probleme tun. Nun, die Gesamtbaumaße sind 452 x 118 x 200 mm. Das ist also schon ganz ordentlich. Da kann man schon ein ganz großes Stück an Fläche auf der Anlage bebauen. Und wer eben im Stadtbereich angesiedelt ist und eine Bahn hat, die einen großen Bahnhof ansteuert, dann ist das die ideale Geschichte, hier entsprechend zu bauen. Die unverbindliche Preisempfehlung für diesen Bausatz ist 109,99 Euro. Buttig, du musst langsam sprechen. Aber ich hatte es ja bereits auch schon bei den anderen Angeboten gesagt. Wir wären nicht extrem, wenn wir Ihnen nicht hier über einen Händler ein ganz besonderes Angebot machen würden. Denn Sie zahlen nicht 109,99 Euro, sondern das Angebot ist 88,88 Euro, ist dieser Bausatz zu haben. Und auch, wie gesagt, nur begrenzt dieses Wochenende. Das ist also ein besonderes Zahlenspiel eines Händlers. Es geht weiter mit den Angeboten. Dann greife ich gleich in mein Regal. Was ich Ihnen anbieten werde, ist das sogenannte Faller Tagelöhnerhaus Oberprechtal. Nun gibt es ja keine Tagelöhner mehr, aber zur damaligen Zeit wurden diese Häuser gebaut. Ich zeige es Ihnen nochmal hier in die Kamera. Dieser Bausatz ist ein zweistöckiger Bau mit Außentreppe, seitlichem Unterstand und schindelgedecktem Krüppelwallendach und besitzt einen um zwei Fassadenseiten umlaufenden Balkon, so wie man das also auch aus dem Schwarzwald kennt. Und im zweiten, im Giebel, durch den Dachüberstand geschützten Balkon. So sieht das also aus. Dieser Bausatz enthält 226 Einzelteile. Das ist also wirklich was für graue, hässliche Tage, so wie heute zum Beispiel, oder lange Winterabende oder Sie bauen gerade eine Anlage im Bereich der Mittelgebirge, wo also so ein Schwarzwaldhaus Platz hat. Die Abmaße sind 144 mal 130 mal 114 Millimeter. Und auch hier machen wir Ihnen wieder jetzt ein ganz besonderes Angebot. Dieses Haus mit der Artikelnummer 1305 39 hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 45,99 Euro. So, jetzt sind Sie gespannt. Sie sehen es auch schon neben mir. Das Angebot 24,99 Euro. Dieser Bausatz finde ich eine ganz wunderbare Geschichte im Bereich der Mittelgebirge angesiedelt. Und wenn Ihnen schon in Ihrem Mittelgebirge immer noch so ein paar Häuschen gefehlt haben, hier ist es Angebot von einem Händler der Marke Falla. So, dann haben wir natürlich noch mehr zu bieten. Ich greife mal in meine Schatzkiste neben mir. So, dann haben wir hier ein, ich muss mal gucken, dass die Scheinwerfer nicht blenden, eine Kirche. Und zwar heißt die Sankt Johann. Die ist tatsächlich einem Original nachempfunden, zumindest was das Dach betrifft. Und zwar der Kirche in Wien. Einer Kirche in Wien kann man sich da so angucken. Und ich finde das also einen besonders hübschen, tollen Bausatz. Das Modell dieser gotischen Kirche. Und mit diesen bunt glasierten Ziegeln. Ist mit Sicherheit ein Hingucker. Aber eine Kirche auch, die für etwas größere Ortschaften und Dörfer geeignet ist. Und der Bausatz enthält, ich muss es Ihnen also wirklich sagen, weil hier wird es fummelig, 333 Einzelteile in vier Farben, einschließlich Folien, Gardinen, Masken und so weiter und so weiter. Auch hier nenne ich Ihnen nochmal die Abmaße dieses Bausatzes. 212 x 109 x 260 Millimeter. Die unverbindliche Preisempfehlung ist 99,99 Euro. Das ist also schon ein sehr gehobener Preis. Wir können Ihnen diesen Bausatz an diesem Wochenende als Angebot für 49,99 Euro anbieten. Und auch hier gilt wieder, wenn weg, dann weg. Beachten Sie also wirklich diese zweieinhalb Tage und diese Angebote sind dann wirklich nicht mehr zu haben. So, als letztes möchte ich Ihnen was anbieten, was in dem Bereich Stadtbebauung, wir hatten ja am Anfang diese Beethovenstraße, wenn man also größere Ortschaften plant. Es gibt ja auch in den meisten Städten dann die sogenannten Neubau, die Platte. Und das ist ja eine der vielen Bausünden, die wir ja eigentlich nur mittlerweile festgestellt haben, die eigentlich etwas schwierig sind. Dieses Haus ist natürlich ganz besonders bunt bemalt. Es ist ein sogenannter Designplattenbau nach Carsten Kruse. Diesen Bausatz können Sie ebenfalls bei uns erhalten. Es ist ein limitiertes Modell eines in der ehemaligen DDR weit verbreiteten Plattenbautypus P2-5. Und er hat hier einen entsprechenden Digitaldruck drauf, ist nach einer exklusiven Vorlage gestaltet worden, des Malers und Passatenkünstlers Carsten Kruse. Ich finde, das ist also ein besonders schöner Farbtupfer, den wir hier sehen. Und es lohnt sich auf alle Fälle auch dieses Modell sich vielleicht, wenn man Platz hat und sagt, Mensch, das hat mir gerade noch gefehlt, das wäre doch das Tolle. Bitte schön, hier ist dieser Bausatz. Nun wären wir nicht extrem, wenn wir die ganze Sache nicht noch ein bisschen versüßen würden. Dieser Bausatz kostet 109,99 Euro. So, ich sage Ihnen auch gerne noch mal die Artikelnummer, jetzt wird es nämlich spannend. 130800, können Sie dann bei uns auf der Seite danach suchen. Und unser Angebot für dieses Wochenende 79,99 Euro. Dieser Plattenbau gestaltet nach Carsten Kruse. Na, ist das nicht toll? Auf keiner Anlage dürfen Sie fehlen, die Bäume. Ansonsten wirkt das alles ein bisschen nacktig und mit der Auflockerung ist das immer dann so eine schöne Sache, dass man da wirklich ein bisschen Leben und ein bisschen Stil und ein bisschen Flair vor allen Dingen rein bekommt. Über einen Händler von uns angeschlossen, können wir natürlich jetzt hier auch ein bisschen aus den Vollen schöpfen. Wir haben mit der Artikelnummer 24501 noch Fichten mittelgrün sieben Stück, sieben bis 14 Zentimeter hoch anzubieten. Und diese Baumpackung kostet mit der Artikelnummer 24501 19,99 Euro. Wir bieten Sie dieses Wochenende die noch Fichten mittelgrün sieben Stück, sieben bis 14 Zentimeter hoch für 12,99 Euro an. Des Weiteren gibt es noch 5 Tannen dunkelgrün mit der Artikelnummer 24520. Ein Bäumeset mit 5 Tannen unterschiedlichen Höhen 14 bis 20 Zentimeter hoch, Angebot 19,99 Euro, Entschuldigung, unverbindliche Preisempfehlung 19,99 Euro und im Angebot für 13,99 Euro. 5 Tannen dunkelgrün 14 bis 20 Zentimeter hoch, im Angebot für 13,99 Euro mit der Artikelnummer 24520. Dann geht es weiter, dann gibt es noch Fichten in dunkelgrün als Bäumeset mit 5 Fichten, bestehend aus 5 dunkelgrünen Fichten. Die unverbindliche Preisempfehlung mit der Artikelnummer 24521 ist 19,99 Euro und auch hier besteht ein Angebotspreis für dieses Wochenende für 13,99 Euro. Jetzt wird das Angebot unserer Händler mit noch, noch etwas kleiner. Mir gefällt dieses Wortspiel mit noch unheimlich. Jetzt kommen wir zu Figuren. Sie sehen sie bereits hier im Bild. Ich werde die mal, vielleicht können wir die von oben mal kurz einblenden. Hier fehlt ein Set in unserer Sammlung. Jawohl. Und dieses Angebot sehen wir jetzt am Bildschirm. Und zwar die Schweißer, 5 Figuren und eine Figur, wir sehen es also auch hier im Angebot, eine Figur mit beleuchtetem Schweißgerät. Sie kennen dieses Lichtflackern, was man dann einsetzen kann in BWs oder bei irgendwelchen Schrottplätzen, wo also der Schweißer da ganz hart arbeitet und die Metallteile bearbeitet. Zwei einzelne Schweißlichter sind auch noch dabei für den Einbau in Gebäude. Zum Beispiel in der Werkstatt kann ja noch einer verdeckt arbeiten. Ein nicht als verdeckter Ermittler, aber zumindest, dass man also dieses Schweißlichtflackern auch in einem geschlossenen Gebäude nachbilden können. Sie sehen das vom Angebot her, die Artikelnummer ist 17,530. Hier sehen Sie es gerade am Bildschirm. Und die unverbindliche Preisempfehlung der Firma noch, beziehungsweise ja, der Firma noch an den Händlern, ist mit 47,99 Euro festgelegt. Und wir machen Ihnen wieder hier ein ganz tolles Angebot mit diesen Schweißerfiguren und mit diesem Flackerlicht. Insgesamt für 25,99 Euro. Können Sie sich also mal richtige Arbeiter auf die Anlage legen und richtig arbeiten lassen auf Schrottplätzen in BWs oder was weiß ich. Vielleicht eine Anschaffung, die Sie schon immer mal im Auge hatten, aber aufgrund des Preises immer wieder mal ein bisschen zurückgestellt wurde. Wir kommen Ihnen entgegen, beziehungsweise unsere Händler kommen Ihnen entgegen mit einem Preis, der wirklich unverschämt ist, mit 25,99 Euro. So, jetzt haben wir es sacken lassen und es geht weiter mit den Figuren. Ein paar haben wir schon gesehen. Es gibt das noch Bahnpersonal beleuchtet. Und das ist ja auch interessant. Dieses Bahnpersonal hat bereits schon die neuen Uniformen an. Es sind sechs Figuren drin. Eine Figur ist mit grüner Abfahrtsquelle, Abfahrtskelle. Mein Gott, das ist ja wirklich etwas schwierig. Also Abfahrtskelle ausgerüstet. Und diese Figur hat eine hochwertige Mikro-LED drin. Das heißt also, der Schaffner lässt den Zug mit dem grünen Licht abfahren. Hat man auch schon sehr oft auf Anlagen gesehen. Jetzt können Sie es selber haben. Der Anschluss erfolgt über einen üblichen 16-Volt-Modellbahntrafo, geeignet für Gleich- und Wechselstromanschluss. Auch hier ist die UVP noch mal zu nennen für dieses Angebot. Artikel 17,540, 19,99 Euro ist die unverbindliche Preisempfehlung für dieses Bahnpersonal DB. Unser Angebot 11,99 Euro. Na, das ist doch was. Da kann man schon kräftig sparen. Und wenn Sie zwei gekauft haben von dem Packung, können Sie nämlich die dritte mitnehmen von dem eingesparten Geld. So, das war das Bahnpersonal. Und jetzt gibt es dazu noch, noch, ich sage es ja gerade, es gibt noch zweimal Polizei. Einmal in der alten grünen Ausführung. Das wäre was für Epoche 4 und 5 Fahrer. Und wer Epoche 6 fährt, dort wo es also angebracht ist, kann man also auch schon hier mit den modernen Uniformen arbeiten. Je nachdem, wie Sie es möchten. Sie sehen einmal die Artikelnummer 17,155 und 17,550. Das sind die Artikelnummern für diese Polizeisets. Die sind, wie gesagt, mit grüner und mit blauer Uniform. Eine Figur mit hochwertiger LED. Nun dürfen Sie dreimal raten, das ist der, der Sie aus dem Verkehr zieht, weil Sie zu schnell gefahren sind. Zum Beispiel oder weil gerade eine Alkohol- oder Verkehrskontrolle ansteht. Diesmal ist die Kelle aber, Sie erraten es, rot. Also diese Figuren beleben auf alle Fälle schön gestaltete Straßenszenen, Unfälle oder irgendwelche anderen Dinge, die man da nachgestalten möchte. Der Fantasie ist ja keine Grenzen gesetzt. Diese Artikelnummern bzw. die Artikel sind zu haben. Die 17,550 mit der unverbindlichen Preisempfehlung von 19,99 Euro im Angebot. Für 11,99 Euro, das sind die Polizisten grüne Uniformen. Und wenn Sie sich für die blauen interessieren, dann haben wir natürlich auch den gleichen Preis. Ist ja nur die Farbe geändert. Unverbindliche Preisempfehlung 19,99 Euro. Angebot für 11,99 Euro. Dieses Figuren-Set einschließlich der Schweißer, die ich Ihnen auf dem Bildschirm bei uns gezeigt habe, sind ein Angebot unserer eingetragenen und angeschlossenen Händler. Ich finde, das ist für dieses Wochenende ein super Angebot. Und das Angebot verlockt ja nahezu, auf der Anlage weiterzubauen. Und mit diesen Figuren können Sie das dann auf jeden Fall tun. Nach den Angeboten von NOCH geht es natürlich weiter. Es gibt ja noch mehr Firmen und Marken, die in dem Bereich Ausschmückung, Zubehör bzw. Geländebau einiges anbieten. Und jetzt möchte ich Ihnen ein Angebot machen der Firma Kibri. Wie Sie wissen, unter dem Dach von Fiesmann arbeitend. Und zwar haben wir im Angebot, Sie sehen es auch hier auf dem Bildschirm, das Eckhaus Gasthof zum Stern inklusive Hausbeleuchtung. Artikel Nummer 38, 350 mit der unverbindlichen Preisempfehlung 56,50. Und das Angebot für dieses Wochenende steht für 36,90 Euro. Also ich denke, das ist auch ein recht gutes Angebot. Vor allen Dingen, weil sich dieses Haus ja auch fast nahtlos bei NOCH in die Beethovenstraße oder in irgendwelche anderen Häuserzeilen einrichten kann. Oder sagen wir mal schön zusammenfügt, harmonisch zusammenfügt. Und es ist ein Gasthof zum Stern. Das habe ich natürlich ganz gern. Jetzt gehen ja gerade wieder Feiern an. Und Sie wissen ja, die Weihnachtsfeiern der Betriebe und der Unternehmen. Und in so einem Gasthofstern würde ich natürlich auch gern so eine Weihnachtsfeierwahl machen. Also überlegen Sie sich das. Das Angebot ist gut. Die unverbindliche Preisempfehlung 56,50. Und das Angebot für dieses Wochenende für 36,90. Wir gehen weiter in dem Angebot aus dem Hause Fiesmann bzw. Kibri. Und wir haben hier ein wunderschönes Schloss zu sehen. Schloss Grafeneck. Wer also einen Berg hat und sich keine Bergbahn hinbaut, kann zumindest ein Schloss draufbauen, was ja auch ganz viele machen. Und mit diesem Angebot eine wunderschöne Burg, nein, ein Schloss Grafeneck. Was fällt mir da ein? Bau mir ein Schloss, hat mal Heinchen gesungen. Oder ich baue dir ein Schloss. Hier ist es. Hier können Sie Ihrer Frau ein Schloss auf die Anlage bauen mit der Artikelnummer 39,001. Die unverbindliche Preisempfehlung ist 57,95 Euro und das Angebot für dieses Wochenende steht mit 38,50 Euro. Sie können also Ihre Frau jetzt ganz glücklich machen, lieber Modellbahner. Oder wenn es eine Modellbahnerin ist, kann sie Ihren Mann ganz glücklich machen, indem sie sagt, ich baue dir ein Schloss. Für 38,50 an diesem Wochenende nehmen Sie dieses Angebot an. Es kommt nie wieder. So, wir gehen weiter in den Angeboten. Für größere Anlagen, die also ein bisschen industriemäßig ausgerüstet sind, sehen Sie das jetzt hier hinter mir. Die Sioux Schuhfabrik. Was erinnert mich an Sioux? Das hat wirklich was mit Indianer, Mokassins. Also die bauen wahrscheinlich bequeme Schuhwerk, wollen wir alle haben. Und bei großen Anlagen brauchen sie es ohnehin, weil sie da sehr viel laufen müssen. Mit der Artikelnummer 39,810 dieses sehr große, imposante Industriegebäude einer Schuhfabrik. Die unverbindliche Preisempfehlung ist mit 144,50 Euro angesagt. Und Sie sehen es ja schon, Sie bekommen es für 89,99 Euro. Ja, aus dem Hause Fiesmann geht es natürlich weiter. Dann machen wir Ihnen ebenfalls ein Angebot über einen Händler, der über X-Train angeschlossen ist. Und Sie sehen es bereits hinter mir. Es ist die klassische Parklaterne, schwarz, 5 plus 1. Das heißt, Sie kriegen also in der Verpackung zu den 5 Laternen noch eine dazu. Die Artikelnummer ist 60,706. Die unverbindliche Preisempfehlung, so wie Sie es gerade auch im Bild sehen, ist 49,95 Euro. Und das Angebot steht für 35,90 Euro. So, nun machen wir das Angebot noch komplett, last but not least. Ebenfalls aus dem Hause Fiesmann unter der Marke Vollmer sehen Sie also hier folgendes Angebot. Dem Bahnhof Neufen mit der Artikelnummer 43,510. Ein wunderschöner Fachwerkbau. Also dieser Bahnhof kann ganz herrlich angesiedelt sein in einer mittleren Kleinstadt. Mit der unverbindlichen Preisempfehlung von 69,95 Euro im Angebot dieses Wochenende für 39,90 Euro. Also wer schon immer einen Bahnhof gesucht hat, hier geht es. Es sind nicht die Bahnhöfe, die die Deutsche Bahn teilweise für 1 Euro oder sowas verkauft. Sondern hier können Sie also einen richtig guten, gesunden Bahnhof erwerben. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Angebot. Ebenfalls ein Angebot unter der Marke Vollmer ist ein Sägewerk. Sie sehen es jetzt auch gerade hier im Bild. Das Sägewerk mit der Artikelnummer 43,797. Unverbindliche Preisempfehlung. Ist 71,95 Euro. Und Sie sehen schon daneben rechts das Angebot 49,90. Das ist also ein unschlagbares Angebot. Und diese Angebote, die wir Ihnen hier für dieses Wochenende machen, sollten Sie wirklich nutzen. Denn das sind ziemlich einmalige Preise. Die werden wahrscheinlich so nie wieder erreicht werden. Auch für die N-Bahner haben wir aus dem Hause Fiesmann einiges zu bieten. Das wird Sie wahrscheinlich sehr freuen. Und da möchte ich gleich die erfreuen, die also einen großen Dampflok-Fuhrpark haben. Und denen schon immer eine Bekohlungsanlage gefehlt hat. Hier auf dem Bildschirm zu sehen, die Kibri Großbekohlungsanlage in der Spur N mit der Artikelnummer 37,442. Unverbindliche Preisempfehlung. 46,50 Euro. Und im Angebot an diesem Wochenende für 29,90 Euro. Also auch hier mein Hinweis wieder, liebe Zuschauer, liebe N-Bahner, wenn Sie jetzt erst später dazu gekommen sind. Das ist ein begrenztes Angebot. Nur für dieses Wochenende gilt von Freitag, dem 22.16 Uhr bis Sonntag, 23.24 Uhr um 20 Uhr. Dann werden die Livestreams wieder abgeschalten. Und dann gelten wieder die normalen Preise. Dann werden Sie auch nicht mehr auf diese extra für diese Sendung freigeschaltete Sonderseite kommen. So, dann haben wir natürlich aus dem Hause Fiesmann in der Spur N auch noch was zu bieten. Und Sie sehen es gerade neben mir im Bild. Es sind Peitschenleuchten 5 plus 1 mit LED. Also Straßen müssen ja auch beleuchtet werden, sonst brechen sich Ihre Fußgänger vielleicht noch den Hals oder noch irgendwelche anderen Sachen. Mit der Artikelnummer 64,906 sind Sie dabei. Wenn Sie sagen, die unverbindliche Preisempfehlung 52,95 ist mir etwas zu happig. Hier sehen Sie gerade, das Angebot machen wir Ihnen. Sie bekommen diese Peitschenleuchten nur an diesem Wochenende für 39,44 Euro. Und auch das ist ein ganz tolles Angebot aus dem Hause Fiesmann. So, jetzt haben wir natürlich noch ein Angebot aus dem Hause Fiesmann zu machen. Nämlich das letzte. Es sind keine Häuser. Aber ganz wichtig, was wir immer brauchen, sind die sogenannten Lichttrafos. Der Fiesmann Lichttrafo 16 Volt 52 Watt mit der Artikelnummer 5200, so wie Sie ihn hier sehen, hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 81,50. Und Sie sehen auch schon, das Angebotpreis ist nahezu halbiert für 49,99. Wenn also Ihre Stromversorgung im Zubehörbereich schon etwas schwach über die Brust war, dann würde ich sagen, schlagen Sie jetzt zu. Denn dieses Angebot ist auch unverschämt günstig. Das war es nun endgültig, liebe Zuschauer, hier bei unserem Teleshopping Marathon heute am Freitag. Und ich hoffe, dass Ihnen die Angebote sehr gefallen haben und dass Sie natürlich auch kräftig hier und da zuschlagen werden. Ich denke, es war für jeden was dabei und unsere Palette war auch recht vielfältig. Diese Angebotsseite ist, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, bis zum 24. um 20 Uhr freigeschalten. Das ist also der Sonntag. Bis dahin gelten diese Angebote, wenn die Seite weg ist, beziehungsweise wenn das Livestream dann weg ist, dann sind auch die Angebote auf unserer Homepage weg. Das macht aber nichts, wenn Sie es verpasst haben sollten, denn nächstes Wochenende ist ja Black Friday und da wird auch am gesamten Wochenende diese Seite dann wieder freigeschalten sein mit neuen, mit anderen Angeboten, die wir für Sie bereithalten. Und Sie wissen ja, im Black Friday gibt es das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern, nicht nur in der Konsum-Elektronik, nein, auch bei uns, bei Xtrain24 und der Modellbahn. Ich hoffe, dass Sie dann auch dabei fleißig sind und unsere Angebote nutzen. Uns wird es dann möglicherweise, das ist noch in Planung, wir können es noch nicht genau versprechen, aber wahrscheinlich Mitte Dezember wiedergeben, mit einer neuen Live-Übertragung, mit neuen Angeboten, kurz vor Weihnachten und da hoffe ich, dass wir das ein oder andere Schnäppchen Ihnen da sicherlich noch anbieten können. Und ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen, was wir Ihnen zeigen wollten und auch Ihnen gezeigt haben. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, freue mich aufs nächste Mal, Ihr Frank Puttich. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, freue mich aufs nächste Mal.